Ja, löschen, löschen und servus. Ich möchte euch heute mal das Klassische an der Bild-Zeitung zeigen. Jetzt bin ich in irgendwas rein treten, aber egal, auch egal. Jo, ich hab hier mal die Bild-Zeitung auf meinem Bett ausgebreitet. Und was ist mir sofort beim, bevor ich's gekauft hab, übrigens ist die heutige Bild-Zeitung, was ist mir da sofort in den Ding gestochen? Natürlich das absolute, oben die Story. Leben ohne Krankheit. Wie soll das bitte schon gehen? Ja, und dann haben wir hier unten noch auch ein, das find ich so typisch Bild, sobald aber was in der Sendung besonders ist, sofort frontale Ding, sofort aufs Titelbild drauf vorne. Ja, er ist jetzt richtig, das ist ein Lesbe. Angeblich laut Bild. Jo. Die Bild hat mich nur 90 Dinge gekostet, nur 90, wenn nicht 90, 60 sind. Und ja. Dafür ist es aber eigentlich, find ich, das Bild ist so richtig, äh... So ein richtig, äh, Ding. So ein richtiges Boulevard-Zeitung. Ah. Das ist doch aber auch wieder typisch Bild. Sky-Werbung? Fast eine komplette Seite. Komplett eine Seite, hä. Wahnsinn. Fa... Komplett ist auch vier Seiten. Oh, Mann. Tch. Oh, Mann. Das ist immer wieder typisch Bild. Seht ihr die Überschrift, die ich grad auf... Die ich grad an... Im Bild hab? Mann tötet Frau. Kauf dir mal erst einmal Tüte-Deutsch. Bild. Dann geht's hier halt noch weiter. Und natürlich macht Bild auch mal wieder Werbung für seine eigenen... Computer-Zeitschriften. Als ob ein Mensch das aushalten könnte. Jo, das Wetter ist hier natürlich mal wieder in der Bild... Wie so einer typischen, äh... Boulevard-Zeitung. Ganz... Am Rand versteckt von der einen Zeitung. Das ist die SDS. Jo. Das war's für's erste Mal. Ich wollt' euch nur mal zeigen, wie typisch Bild schreibt und... Ja. Das wär's. Das wär's dann. Bis zum nächsten... Let's... Scan. Bye-bye.